Ähm, hallo? Steck ne Banane in dein Ohr Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so Probier's mal mit Humor Ich hab mir heute gedacht wir spielen World's Hardest Game Das ist so ein Flash-Spiel und so Das Ziel ist bis Level 10 NICHT mit Level 10 Level 10 ist nämlich ein Arschlo Okay So man muss immer bis in die... Man muss es immer auf die andere Seite schaffen Oh, hä? HÄ? Und wenn's halt einen gelben Punkt hat Dann muss man den mitnehmen Ja, ihr könnt mir später danken für meine... Meine Spiele-Review Oh! Oh, leck mich! Hä? Okay Alter Ich glaube in der Ecke ist man safe Alter, das ist echt gris... NEIN! Hey, der hat mich gar nicht getroffen NEIN! Ich spiele keine 5 Minuten und ich bin schon so ein Trottel Ah, leck mich! Profi NEIN! Ja, oh mein Gott Oh, ne Nein! Nein! Oh Gott, verdammt, warte doch mal! Oh Gott, Alter! Also ich denke die beste Linie ist unten durch, dann wieder oben durch und dann wieder unten durch Oder? Oh! Ja, gen... Okay, ich muss erst Pause machen Okay, let's try Okay, let's try NEIN! HÄ? Alter, ich kack mich ein Oh! Das war so knapp am Schluss Das ist Mobbing für die Seele Sonst kommt garst in den Stahl Ah, genau! Das war's Okay, ich hab den Ehr... Oh! Oh! Nein! Oh! Alter! Was? Was hab ich getan? Was war das so hinten? Nee, ich kotz auf den Tisch halt... Das ist schlecht Oh! Oh! Ich bin fertig! Ich kann ja mal versuchen Nee, vergiss es! Ich bin fertig Du hast dein Video also auf den Pausenhof gedreht Dankeschön, jetzt wissen wir auf welche Hauptschule du gehst Ja, es ist hart, mich kennt man nur wegen Klaus Und die 30.000, das sind alles deine Fake-Accounts Du heuerst rum, dass mich viele Leute kennen Doch im ersten Part klinkst du selber wie ein Enttäuschter-Fan Jeden lädst du ein, deine Künstler-Fans Nein!